nicht okay das ist 9 auch ein paar können toll okay er wird sie erreichen drückt man andere prescher bleibt ja mal die erste und hier ist was nein kleiner schwanz ich glaube die zweite druckplatte okay und jetzt die erste ist die erste warum die erste druckplatte so äh jetzt drück mal gelb gelb okay und jetzt geht auf die dritte druckplatte jetzt drücker schwarz jetzt jetzt musst du noch mal auf die dritte druckplatte gehen jetzt drücker jetzt drücker äh was los äh dann geht auf die dritte druckplatte dann drückt gelb dann wieder gelbe druckplatte äh dritte meine ich äh jetzt schwarz was äh jetzt habe ich es geschafft oder du oder wir ähm ähm moment jetzt muss ich hier irgendeinen weg für dich öffnen oder muss ich mir ist offen auch klar jetzt gehen wir er wurde er bei mir steht jetzt mit er auch noch gut und ruhig das kaputte ich glaube ja so joker die einfach ähm einfach schön das schreckt vorliegen äh 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 interessiert mich 2 es ist um an die andere menschen und als dritte so um 10 mal oder er oder du noch ein paar explotation der jahr kommt das kann gehen Jetzt sind die wieder berühmt. Oh. Oh. Klellos hat mal was in seinem Leben geschafft, ma. Oh, that was all I need. Just a bigger penis. Äh, ich meine Raum. Ja, ich meine nicht penis, ich meine Raum. But that saved me, doesn't mean bla 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 going to kill you. So, bla 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 kill und so. Jetzt ist bei dir ein Recording, haha. Äh, ich hab'n Fehler der Map gefunden. Hör, ich guck jetzt in den Kommando-Block. Oh, interessiert mich, hab ich nicht. Ja. Achso, du musst den Shatter-Dop betätigen. Äh, welchen? Den da hinten. Ah, leck mich. Den, äh. Ich glaub, wir müssen gleichzeitig, oder? Äh, wir müssen gleichzeitig drücken. Aha, klappt doch. Ich hab grad Blindnis bekommen. Scheiße. Alter, ich bin im Labyrinth. Nein. Warte mal kurz. Wo bist du? Wo bist du? Geh mal nach vorne, also nach rechts, ein bisschen, ein Block nach rechts, nach vorne. Hier lang? Mal links, ein Block nach links. Hier? Ja? Nach vorne? Hm. Machst du hier lang? Nein, ich muss... Okay. Ja, ja. Ja, ja. Wir laufen einfach hinterher, also kommt nach oben. Okay. Ja, ja. Wir laufen einfach hinterher, also kommt nach oben. Ah, ist die Lösung, oder? 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 Ja, okay. Ah, bei mir ist ein wichtiges Labyrinth. Mit falschen Wegen und so. Ja, bei mir läuft sie aber nicht richtig. Ah, bei mir kann ich auch falsche gehen. Und ich hab Blindheit. Hier ist ein Fick. Ah, hier? Wieder zurück. Ah, hier, danke. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Nee, einfach rollen. Ja, guck dir. Roll, wie lang? Naja. Wie lang geht's eh noch? WTF, Mann. Ich könnte dich auch einschielen. Naja. Mach schon mal. Ja, du weißt ja eh nicht, wo hier ein Labyrinth ist, und wo nicht. Okay, wir sind gleich da. Ja, unter mir sind die Blöcke. Okay. Like a cake. Äh. Okay. Ja, wir sind gleich da. Keine Sorge. Ah, hier bist du. Okay, jetzt nach vorne laufen. Jetzt ist hier eine Wand, und jetzt sowas. Entschuldigung. Oh, das ist immer wieder eine Folter. Du hast es... Ist irgendwie so'n Verarschen. Junge, wie denn? Ja, das kann ja... Ja, es ist einfach nur meine Behandlung. Ja, es ist einfach nur meine Behandlung. Ja, es ist einfach nur meine Behandlung. mir nicht immer genau, ne? Hey, ich bin hier irgendwo. Danke! Uh, ah, ich geh jetzt wieder auf die Seite. Die Seite mag mich lieber. Ja, ich auch. Moin, ich hab geschlafen. Did you start? Ist mir doch auch egal. Irgendwas mit Tod mal wieder. Wo? Hey, war ich nicht eben gerade einen Kuchen? Ach, mein, ich hatte Hunger. Äh. Warte, warte, warte. Ah, ich gebe jetzt eins nicht viel. Und wenn ich gleich dabei bin, wieder meinen Minecraft auf sehr viel FTS bringen. Gut, so. Komm mal schön her. Du gehst auf diese verfickte Druckplatte, okay? Alter. Okay. Wupp. Das hat... Das heißt, jetzt nicht gedreht. Alter. Das hat ja nichts. Ne, hat das nicht mit der Seite zu tun. Ah. Äh. Troll. Warte mal, geh mal kurz von der Druckplatte. Okay, geh wieder auf die Druckplatte. Hm-mm. Du machst die Druckplatte da hinten. Ja, Troll. ja ja wenn die mal vielleicht nach dahinten und dann sind ja das sind doch unsere Winddruckplatten her oder vielleicht Troll 3 Hey, wie soll man das jetzt... Ja, mach. Soll ich mich einfach zu dir tp'n? Hey! Ne, warte, warte, dann schmeiß... Sorry. Okay, ich mach... Mann, ey, ey... Ist so nicht möglich, oder? Hey, fail. Ja, ich tp' dich jetzt her. Danke. Ich weiß nicht, ob's möglich wäre... Mach aber Fly oder Gelmut aus, warum du grad anhast. Ja. Ja, ich hab' kein Fly mehr. Okay, warte mal kurz. Ich geh' gleich auf den Druck, ne? Ich muss mal was gucken. Okay, let's go. Ui! Okay. Skilpen. Oh, und schon, wie das meinem FPS so dauert. Alter! Ich muss nach der Aufnahme dringend, was wegen meiner FPS tun. Naja. Ich hab' fast 30 FPS. Warte mal kurz zu dringend. Nee, da war's. Der Flint, ok. Hä, gay, natsch, ne. Geh doch einfach auf die Druckplatte. Her, musst du ja auch nicht. Natsch, du mein Kopf zu lesen. Ok, toll, natsch, ne. Ok, spinn der Zester. Okay, jetzt. Hast du nicht auch das Feuerzeug? Ich hab schon rote Wolle gesehen. Ja. Wir facken jetzt mal gay. Mh. Naja, also ich geh, ich geh jetzt durch die Tür. Hä? Nein, 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 nein. Achso, ja. Hier ist ja extra der Weg. Jetzt steht irgendwie, ich hab mein Good Job. Good Job. Dann war der Job halt nicht gut genug. Wir machen unsere Arbeit scheiße. Das ist beste Qualität, um eine 6 zu bekommen. Nee, wir cheaten einfach. Oh, nee, solche Quests hasse ich. Och, bitte nicht. Oh. Okay, mach noch. Okay.